Wie oft haben wir das jetzt schon geredet? Der Marvin ist Postler und ein fleißiger noch dazu. Das bringest du nicht zusammen. Ich mach danke, das ist auch bei dir für ihn. Ja, kein Problem. So schön wie du bist, hilft wie du immer. Sie sind aber auch schon Mörder. Die Riona, du glaubst gar nicht, was mir gerade passiert ist. Ist ja schon gut, kriegst du ein Leckerli. Ich weiß ja, dass du deine Tage hast. Ist ein bisschen schwierig, gell?